Bring uns bloß hier raus, ich fang schon an zu rosten. Ab, ab, and away. Hey, ist das ein Orak-Utan? Autobelett-Landung, so 80% erfolgreich. Willkommen zurück zu Commander Zut. Ich habe ewig nicht gespielt. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht wieder 10 Minuten zum Einspielen. Wir sind bei der Map, ich glaube Level 14 ist das. Restauration, repariere zerstörte Brücken sofort, um dich frei auf dem Gebiet bewegen zu können. Der Feind wird dich mit seinem schweren Panzer angreifen. Verwende Tavs, also Kämpfer, oder einen Panzer, um die feindliche Fahrzeugfabrik zu zerstören. Kämpfer sind die mit der Panzerfaust. Schnappte die rechte Waffe und zerstöre die annähernden Felsen, die dann zur Verteidigung der Straße eingesetzt werden können. Neueinheit, Kran, Stärken, Brückenreparatur, anfällig für Panzer. Okay, also wir sollen Brücken zerstören, feindliche Fahrzeugfabriken zerstören. Schnappte die rechte Waffe. Okay, mal gucken. Gut, ich sehe meine Maus nicht, doch jetzt sehe ich sie. Okay. Das hat jetzt ein paar Sekunden gekostet, aber okay. Kran, bei Kran, keine brauche ich eigentlich, ich kann das drücken, naja egal. Geht jetzt erstmal hoch, mal gucken. Ich kann direkt mal hier hin. So, Kran reparieren. Ne, den Kran haben. Du kannst direkt mal da hochgehen. Ich muss dir das Ding holen. So, ihr könnt auch hier hoch. So, was baue ich hier? Krieger will ich nicht. Das zerstörst du mal. Ich gehe da mal rüber. Geht draußen rum. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Shit. Wieso habe ich die Brücken noch nicht? Was brauche ich, um die hinzunehmen? Da ist eine Flagge. Ich habe die Flagge nicht gesehen. Hier, Einzelkämpfer. Wird erledigt, jawohl. Wird erledigt. Erstmal, okay. Okay, Psychos. Irgendwie geht Platz. Ich habe die Viergläubig gerade verwirrt. Und los geht's. So, jetzt müssen wir den Sektor haben wir schon mal. Okay, das sieht gut aus. Vielleicht wieder ein bisschen rumbacken. Jeep. Und mal Geschütze. Oh, scheiße. Okay. Den Panzer habe ich verloren. Den habe ich nicht mehr beachtet. Das ist ein bisschen ungünstig. Was brauche ich denn hier? Krieger will ich nicht. Äh, ich will... Ja, Laser ist eigentlich schon ganz cool. Was macht denn der Kran da? Die haben zumindest schon mal eine V-Bick weniger als ich. Zumindest wenn ich das Ding endlich einnehme. Da kommt ein schwerer Panzer von rechts. Schicke ich meinen mal darüber. Oh, was ist das denn? Ende und aus. Erstatte Meldung, erstatte Meldung, erstatte Meldung. Okay. Sektor unter Kontrolle. Hab ich hier noch irgendwo irgendwas? Was ist das denn? Oh, Moon, okay. Nee, geh wieder rein. Erstatte Meldung, erstatte Meldung. Ende und aus. Oh nein, Mist. Okay. Geh mal bitte ein bisschen schräg. Erstatte Meldung, kein Problem. Ist da rüber. Kran. Ach scheiße, okay. Den Schieb wollte ich eigentlich nicht. Was kann ich hier hinbauen? Schwere Panzer. Oder mittlere. Aber mal schwere. Die Musik ist schon wieder so laut. So, nicht, dass ich hier irgendwelche Krieger bauere. Oh je, die war auch nochmal ein Geschütz. Oh je, die war auch nochmal ein Geschütz. Die ist nach außen. Schade, schade, sehr schade. Die Schützen waren leider recht schlecht. Rechen schwach. Was, die Fabrik ist wieder ganz? Ach, die können die einfach wieder reparieren. Okay, das wusste ich nicht, dass man die auch reparieren kann. Ich dachte, das ginge nur bei Brücken. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig hin dafür. Sollte ich mir den Kran vielleicht doch mal aufheben. Wobei... Ach nein. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Nein, ich weiß, die Geger bauere ich eigentlich. Da sind die ganze in den Kran. Ich schiebe die mal eben rüber. Ich bräuchte mal einen Panzer. Noch einen zusätzlichen. Sehr gut. Das kann ich auch nicht einfach so einnehmen. Gut, ich muss jetzt gerade ein bisschen ausharren. Ich brauche unbedingt das Gebiet da vorne. Ich sollte ja hundertmal was rumstehen. Da fehlt ja zumindest immer relativ viele Einheiten. Das ist gut. Sehr gut. Die Mediopanzer brauche ich jetzt auch. Gut. Ich stelle ich mal da hin. Oh man, Laser. Ich stelle jetzt so zumindest schon mal einige Truppen. Okay, links kommt gleich ein Panzer. Da schiebe ich ein Medium hin. Okay, das Geschütz ist weg. Das ist ein Dorf. Erstatte Meldung. Wir greifen an. Jawohl. Ende und aus. Nach dem Dings brauche ich ein neues Geschütz auf jeden Fall. Und los, Panzer. Los, Panzer. Du holst zu dir den. Jetzt kommt in der Mitte noch ein Medium-Panzer. Jawohl. Ich würde die Schere sich nicht umkümmern müssen. Ich würde die Fabrik zerstören. Erstatte Meldung. Erstatte Meldung. Erstatte Meldung. Auf sie mit dem Dröhnen in Ordnung. Jawohl. Das ist nice, sehr gut. Erstatte Meldung. Okay. Produktion abgedrochen. Und Geschütz. Ja, die sind halt hier häftlich mit denen aus. Machen wir das Ding noch platt. Sie sind einfach überall. No Razer-Einheit. Weg zu uns. Auf sie mit Gebrüll. No Razer-Einheit und Kontrolle. Klasse Treffer. Jetzt schon mal futsch. Sie ist erwohnt. Ich weiß nicht, ob das wieder Schützen sind oder was anderes. Ja, so'n Schützen. Warum rennt der jetzt einfach so'n Glück dahin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich schick den mal dahin. Ich probier das mal, die Gatling abzuschießen. Das hat nie so richtig geklappt. Das ist aber total ätzend. Ich schick den mal verdammt viele los. Komm schon. Ich würde zumindest den... Ah, fuck. Okay, ich brauch im Blick neue Einheiten. Das durfte ich den Sektor jetzt verloren haben. Wo ist denn der Rest so'n Trupp? Der war doch nicht alleine, oder? Gut, hier ist wenigstens keine Fabrik oder sowas dabei. Sehr schön. Schwerenpanzer brauche ich. Schwerenpanzer brauche ich. Sehr gut. Ich brauche jetzt eigentlich ein paar Bodentruppen, aber damit lässt es sich auch leben. Ich verstehe mich. Den Kran hole ich mir. Jawohl. Auf, sieh mit Gebrüll! So, die Faxi sandiert's vor. Ich will möglicherweise das Ding abschießen. Warte, wirst du dich ja wohl gegen gewehren, oder? Jetzt muss alle schon mal weg. Oh, den Schwerenpanzer kann ich eigentlich reparieren. Nee, nicht abschießen. Nein! Ich will, dass du dich reparierst. Hä? Genau. Hier, Laser-Einheit! Kann ich mich nicht einstellen. Kein Problem! Warum auch immer. Verstande Meldung! Wird erledigt! Erstand Reil! Jawohl! Egal. Vielleicht kann ich den Schweren einfach nicht reparieren. Jawohl! Okay. Das ist ein Medium-Panzer. Ich pack den mal mit hier hin. Nehmt das bitte mit ein. Wird erledigt. Jawohl. Erstatte Meldung. Jawohl. Wird erledigt. Jawohl. Sektor unter Kontrolle. Sehr gut. Ich bräuchte eigentlich ein paar mehr Boten-Einheiten. Also Fußsoldaten. Erstatte Meldung. Bestätigt. Jawohl. In Ordnung. Klasse Treffer. Erstatt kein Problem. Okay, das Geschwiz habe ich leider verloren. Volltreffer. Erstatte Meldung. Ende und aus. Jawohl. Erstehend. So, wenn ich das Ding eingenommen habe, dann kann ich mich auf den Kran da hochschicken. Das mache ich gleich jetzt so schon mal direkt. Und erledigt. Jawohl. Das müsste nämlich eigentlich da dazu gehören. Erstatte Meldung. Und los geht's. Oh, ihr rennt in Ohr tot. Erstatte Meldung. Kein Problem. Jawohl. Auf sie mit Geld rül. Und los geht's. Erstatte Meldung. Was? Dann will sie einhalten. Die Schützen sind recht stark gegen Laser-Einheiten. Gut. Kraner, rühr das mal. Guck mal, hier habe ich ja nur Laser-Einheiten. Sehr schön. Schicke ich direkt mal da hoch. Ja, aber die Schützen brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so dringend. Die Seite gehört mir eh. Ich stelle hier hin. Was kann ich hier noch bauen? Ich brauche mal Psychos. Ich werde mit den... Einen Typen irgendwie nicht so richtig warm mit den Schützen. Okay, das habe ich wieder verloren. Wird Eil, jawohl. Okay, jawohl. Ich gucke mal ein Stand gesetzt, das heißt, der ist fertig. Brauche ich hier mal ein paar Panzer. Ich brauche eigentlich echt Fußsoldaten. Komm, jetzt Geschütze gebaut werden können. Ne, geht gar nicht. Okay. Ich brauche ich das mal. Okay, hier liegen unter Beschuss. Jawohl. Auf sie mit Gebrüll. Jawohl, kein Problem. Hier, Laser-Einheit. Jawohl, hier ist ein Stand gesetzt. Achso, ne, versteckt euch mal. Jawohl, okay. Erstattet Meldung, kein Problem. So, kannst du dich wenigstens reparieren, hier? In Ordnung. Erstattet Meldung, kein Problem. Nö, egal. Jawohl, kein Problem. Erstattet Meldung, kein Problem. Robotär, hier ist kein Stand gesetzt. Hier, Laser-Einheit. Okay, hier, Laser-Einheit. Okay, hier, Laser-Einheit. Und los geht's. Robotär, hier ist mit der Ruhe. In Ordnung. Wir liegen unter Beschuss. Fahrzeuger, Echze. Äh, jetzt bitte mal hier hin. Okay, erstattet Ende und aus. Wird erliegen. Ich brauche noch ein bisschen was für die rechte Seite. Brauche ich eigentlich auch mal einen Panzer. Schön. Hier gehst du noch auf die rechte Seite. Ich bin mir nicht so genau, wie ich das hier entfernen soll. Ich könnte schon einen Panzer mal versuchen, aber da geht's wahrscheinlich platt dabei. Hier sind wahrscheinlich ein paar schnellere Geräte eigentlich besser. Oh ne, das wollte ich nicht. Kannst du das? Kannst du das? Kannst du so weit schießen? Ne, jetzt bin ich ein bisschen zu weit weg. Brauche ich einen schweren für. Hab ich auch immer noch einen schweren? Stehen da. Dann fahrt du dann mal rüber. Ich will nicht, dass sie mir das Gebiet hier klauen. Komm, 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 komm. Hier, gut, dass es hängen bleibt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. Okay, den Endpanzer habe ich hier oben verloren. Das ist verkraftbar. Ich hol dir erstmal das Ding. Schicke ich den nämlich hier runter. Sektor, Ende, aus. Roboter, hergestellt, Produktion abgebrochen. Produktion aufgenommen. Bestätigt. Erstatte, Meldung. In Ordnung. Erstatte, Meldung. Kann er so weit schießen? Jawohl. Erstatte, Meldung. Wir greifen an. Erstatte, Meldung. Er kommt nicht bis ran, oder? Nee. Erstatte, Meldung. Erstatte, Meldung. In Ordnung. Erstatte, Meldung. Komm, du kommst ja wohl so weit. Sie mit Gebrüll. Erstatte, Meldung. Ganz knapp nicht. Nee, gut. Komm schon, Sie mit Gebrüll. Komm schon, Läser inhalten. Erstatte, Meldung. Ende und aus. Kommt ja auch nicht so weit, oder? Oder, 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 oder? Doch. Nice. Und ich hab's zwar eingenommen, aber das Ding steht immer noch. Okay, bitte sprach ich das ja auch gar nicht mehr. Erstatte, Meldung. Und los, Gebrüll. Wird erliegt. Jawohl. Oh. Irgendwie ein Panzer beschossen. Erstatte, Heilproblem. Scanner? Nö. Komm, ich brauch kein Geschütz. Aber bei doch. Sehe eh gleich durch. Jawohl. Vielleicht kann ich hier sehr strategisch klug platzieren. Kein Problem. Hier, Psycho-Einheit. Auf Sie mit Gebrüll. Jawohl. Worauf was Sie denn noch, Sir? Hier, Lasereinheit. Und los geht, wohl. Okay. Jawohl. Und kommen Sie schon. Ende und aus. Erstatte, Meldung. Wir liegen unter Beschuss. Okay, komm. Erstmal die Opizze weg. Auf Sie mit Gebrüll. Ich lieg nicht. Worauf wann Sie denn noch, Sir? Auf Sie mit Gebrüll. So, und noch ein paar Laser-Einheit. Nur noch eine Horbizze. Okay, wollen wir eben weggeballert, oder? Jawohl. Und los geht. Hilfe. Hilfe. Verstatte, Meldung. Sie sind einfach überall. Los, Bar. Lebe in Gebrüll. Nice. Ende und aus. Wen dann küsst du schon, Leute? Den Level haben wir im ersten Versuch geschafft. Ich glaube, es ist auch schon der letzte Level von dieser Karte. Ich bin gespannt, welche Welt nächstes Mal kommt. Ende und aus. Jawohl. Auf Sie mit Gebrüll. Komm, fahr rein. Oh. Unwürdig Verlängerung. Ah, guck mal, wie viele Panzer da jetzt hinfahren. Mann, ey. Leiche da weg. Er hat mich ein bisschen, dass ich das Gebiet hier nicht mehr angenommen habe. Aber egal. Sieg. Ahu. Gut gemacht. Jawohl. Ahu. Gut gemacht. Ahu. Jawohl. Wir haben's geschafft. Okay, Jungs. Wir haben sie im Sack. Lasst es brünen. Und jetzt weiß ich. Oh,ja. Weiss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020